Vor etwa 240 Millionen Jahren im Trias-Zeitalter begann die Geschichte dieses Weinbergs. In dem einstigen Urmeer liegt der Ursprung der heutigen geologischen Prägung, dem Sedimentgestein Muschelkalk. Viele Zufälle der Erdgeschichte formten den Würzburger Stein mit der Steinharfe zu einem muschelförmigen Steilhang über dem Talkessel Würzburg, der sich der Sonne entgegen nach Süden öffnet. All diese Komponenten haben eine einzigartige Ausgangslage für einen Weinberg geschaffen, um ganz große Weine zu machen. Von der Natur haben wir diesen Schatz bekommen und seit Jahrhunderten prägen wir daraus nachhaltige Weinkultur, immer mit dem Ziel, uns zu verbessern. Der Silvaner aus der Würzburger Steinharfe steht regelmäßig bei Bewertungen auf den obersten Treppchen und findet sich auf den besten Weinkarten. In dieser Filmserie geben wir einen Einblick, wie aus dem Rohdiamanten ein Juwel wird.